grüße leute wie ihr wisst mache ich mich in abgründe virtueller welten zu 95 prozent über japanische werbespots lustig das liegt daran dass diese bunter origineller und sehr viel abgedrehter sind als unsere westlichen version aber es gibt natürlich auch ausnahmen wie zu sehen in der werbung zu dem akadeklassiker dick duck doch bevor ich euch ein highlight der westlichen videospiel werbung zeige kommt hier erstmal der zugegeben sehr lahme japanische spot das war langweilig und jetzt kommen wir zur amerikanischen version johann ich danke euch johannes und johannes für die dritte internationale konferenz auf science und technologie was ist das ich weiß nicht, aber das ist ein anderer gut, da geht noch ein anderer Wir haben ein Problem hier. Wir haben ein Problem hier. Das war's für heute. Das war's. Das war's. Ja, sir. Das war's. All right. It's cracking. Oh, you're always gonna come out of it. Mmm. Deep Dog is insane. Say something. Hello. Just like a bazooka. Use it to blow. They're called bazookas. Fighters. And Deep Dog. What do they do? What happened? What happened? What happened? All they want is for us to play with. So we can all have a lot of fun. A lot of fun. Ha ha. Yee, you look great as mine. Overhaul. Digga! 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 Super awesome birthday! I'm gonna come out of it! ARD Text im Auftrag von Funk